und willkommen zurück zu das minecraft team wieder mit dabei der bass phoenix der ciara der malitius und der dauergast der pedo bär nebelmacht ja wir haben jetzt 1.4.2 drauf das heißt wir fangen jetzt komplett neu an jetzt gehen erstmal alle auf die fliegende insel und wir gehen selbstmord dass komplett alle level runter sind meiner ist schon ja seiner und einfach und etwas kaputt sein und runter fallen nein ich will alle alle von der insel runter fallen sehen ach man nur was hast du jetzt kaputt gemacht wollen wir deine falltür nutzen ach nee da war wasser unten da machst du kannst ja ein stück nach rechts klicken da fällt ja nicht mehr ins lauch aber wir können auch hier neben neben der haus runter nein ich will in mein aus ich will das ja richtig sehen dabei deswegen brauchst du nicht doch nein warte doch auf pedo bär wir können auch die wir können auch die zunge von dem schwein als sprung mit breiten nehmen ok dann musst du mich aber zuerst runter sprechen der erste der springt ist passiv nix tschüss und dort jenise siara hey der dumme pedo bär der pädobär schafft mich da einfach runter na gut so leute los geht jetzt alle das loch fällt leider doch auf aber ich war es nicht jetzt alle zum teamhaus kommen und jeder nimmt sich ein holzschwert und zehn brot und dann gehst los und erst mal muckern machen wo lange nicht dass die drei ja staffel drei beginnt dann eine spinne ich frage gerade rum ist es gut oder kann mich kann ich mir irgendwer zu euch teleportieren ich habe keinen bock den schmiede runter zu springen ja warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz warte ich mach Spaß mich und ich koffer an koffer rennen hey wieso funktioniert das mit diesem teleport bei mir nicht mit dem tp hier ich mach das anders ich würde es so machen na wie gibts tp hier ein tp hier und dann den namen oder das zusammen 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 und dann lehrt es euch den namen schade also aufhör mich ganze durch die gegend zu teleportieren außerdem bräuchte ich noch ein schwert und ein bisschen brot vielleicht guck der noch ist ja alles im haus komm ich teleportiere dich nach vorne ich kann auch in offen du nein du bist bei hinten da hey verdammt man warum bist du nicht in der luft egal so geht es jetzt mhm mhm was redung wo die richte ich aus kommt ihr her ja noch ein weg ach 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 ey warum steht hier eigentlich tim 1250 als gast auf dem haus drauf leute weiß ich nicht wer das war das ist eine beschmutzung kann das sein dass er das eine mal war als er hier drauf war wo keiner drauf war ich wollte das gar nicht er hat er ist doch genau wer war das tim meine ich er selber nicht da finger weg hm nix da rausnehmen ah pädobär wollte aber auch mal kekse haben und nur oh die truhe steht da drüben unterm bild zehn brot und ein heutschwert ich lauf schon vorher los geht's ne wir laufen zusammen Jeder nimmt sich noch eine Lohre und fällt dann dahin. Ich habe den. Müsste reichen. Reicht für jeden. Malicius ist weg. Ciao, ciao. War gerade so. Und ich bin weg. Tschüss. Aber ich weiß nicht, ist das da vorne eigentlich repariert? Ja, hoffentlich, ne? Also, meine Strecke ist repariert. Wenn ihr die rechte nehmt, nicht mehr. Also, ich bin nicht grad. Die linke ist heil. Ja. Die rechte ist im Arsch. Nein, ich fahr wieder zurück. Die linke ist heil. Heikl. Ups. Was bist du denn? Ich krieg dich, Patrick. Ich krieg dich. Ich war dir verprügeln. Chris, wo bist du denn? Ich seh dich auch grad nicht, Marzi. Nein, 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 nein. Hey, ist die Mocke gerade ganz schön laut. Oh mein Gott. Wie ist das, ich fahr dich aus? Ich bin auch einer gegen geschenkt. So. Wie viele da hinfahren. Michi. Hey. Hey, Kostin. So, Leute. Das kommt mir gar nicht mehr klar. Max, du fliegst, oder? Nee. Nee, sah ganz so aus. Warte mal, wartet mal da oben, bitte, beide. Ich seh, Patrick. Patrick, wo bist du denn? Ich seh das nicht. Hallo, Michi. Alter, was ist denn hier los? Mann. Kommt her. Mal supporten zu können jetzt. Lauf mit dem Qual. Wo bist du, Patrick? Ja, ich bin hier wieder zurückgefahren, weil irgendeine seine Lore da steht. Was ist das? Ich hab dich doch hergeportet, eben. Hä? Echt? Ja. Geht schon mal in Richtung Slough, oder? Du hast mich geportet, wenn du hier willst. Ja, irgendwie ging das eben nicht. Nee, ich mach nochmal noch einmal. Ja, warte mal hier, Michi. Warte kurz, ich lifte mich durch. Pipi, alter. Oh, das hab ich gerade angegriffen. Wow, das ist echt dunkel, ne? Ja. Ihr seid über die Bäume dahin jetzt, ne? Wir sind na ja nicht, wir sind hier hinten lang, bei einem Staudamm. Alter, ich bin gerade irgendwie... Ich dachte, ihr wolltet direkt hinter einem Staudamm lang. Ja, ja. Wir sind an Patricks Bühne vorbei, und dann, weiter. Ich kann nichts sehen, mir ist alles schwarz. Äh, bleib ich mal vorgegeben, Patrick einfach nachholen. Patrick schaut am besten mal neu. Ich bin eigentlich zu Dings-Ziel-Portier, so krass, aber... Jetzt bist du raus. Ja, ich weiß. Ich hab'n Samen. Ich hab'n Samen. Ich hab'n Samen, gleich spawnen, Manns, ja. Ja, umso besser. Dann müssen wir uns auch in die Höhle. Dann müssen wir eine Höhle bauen. Also, uns reinbauen. Ich hab'n auch hier meine Staudamm-Gebäude. Ich hab'n Samen. Wir haben da auch irgendwo im Bett stehen, ne? Jo. Ich hab'n Samen. Ja, ich hab'n Zeichen gebaut, als Notvariant. Ja. Als Lazarett. Alter, Max. Ich bin tätowiert, jetzt. Achso, ich hab'n ja auch noch mein Hotel. Mein Hotel ist ja hier. Was ist mit deinem Hotel? Ist doch hier auch noch. Echt? Hätt' ich es nicht wieder. Ja. Jetzt brauchen wir eigentlich nur drei schlafen gehen. Wir sind nur drei. Die keine OP-Rechte haben. Ein Bett ist hier. Ah ja, und bei mir spielt irgendwie das Section-Pack. Die Zombies werden nicht richtig angezeigt. Also, ein Bett ist hier. Oh ja. Ey, geh weg. Nö. Nein. Ich will auch noch mehr. Wenn ich noch mehr Betten gesetzt habe. Hier ist noch eins. Aber einfach. Kann ich was im Weg gesetzt, ey. Leute, hier sind noch mehr Betten. Ja, komm mal. Der Ritterbär. Ich leck' grad unten rum. Ah, ein Skelett. Alter, das ist eine Spur. Ich leck' mich hier hin. Dein Arsch im Gesicht ist doch geil, ey. Achso, Marci hinter dir. Marci hinter dir. Ja. Erster Kampf gewonnen. Könnt ihr mal schlafen, Link? Und hier ist auch noch ein Bett. Ah, ey. Okay, nein. Dann leg dich mal hin. Jo. Nee, komm, sonst leg dich mal hier hin. Pädobär. Boah, irgendjemand liegt noch nicht. Ja, sorry. Pädobär, leg dich. Ich muss überall noch ein Bett genossen, oder so. Aber weh, alle nicht. Ich fliege jetzt. Da, so. Da, so. So, so treffen wir uns. Wir müssen jetzt hinterm Staudamm, ne? Wir springen über den Staudamm rüber, hier hinten. Kommt man da gut runter, da drüben? Ja, da hinten ist Wasser. Wenn man richtig viel Jumpsprung hat und so, dann schafft man das direkt im Wasser. Kommt zu Pädobär? Bin ich, dann stürzt man. Und mich? Ist ja hier hochgegangen. Aber warte mal, man kann es sogar bis hier drüben schaffen. Ach da. Meinst du so? Nachriss, und? Jo. Genau so. Wow. Die beiden springen gleichzeitig. So synchron springen über Kreuz. Ja, ich leg da rum. Mach mal das Slashback. Nette Afgaseanbruch, auf jeden Fall. Nee, dann landet er hier unten. Ja, dann muss er sich da irgendwie durchbuddeln. Dann komm ich wohl jetzt hierher. Warte mal, ich kann einfach außen rumgehen. Man, Leute. Ja. So, und runter. Boah, runter. Autsch. Das ist eine Wasserquelle. Oh, Creepack, Creepack. Boah. Creepack, Creepack. Nee, komm weg da. Komm, nehmen wir mal. Wo seid ihr? Na, hier drüben. Hinter euch. Boah, ein Creepack. Warte mal, Micky. Wo bist du Patrick? Es verfolgt mich ins Wasser. Nein. Der lasst ihn doch im Wasser explodieren. So viel Schaden nimmt das da gar nicht. Oder Pädobär macht den platt. Ja. Na komm, lass dich weiter. Warte ist ja meine Kinder vergreifen. Das kann ich nicht zulassen. Okay. Deine Kinder. Dein Kind. Marci, das Kind. Seid alle meine Kinder. Nee. Meine Fähnchen. Das ist immer nur... Nee, nee, ich glaube ich eher nicht. Oh, stopp. Und du wolltest schon anfangen. Du wolltest erst anfangen aufzunehmen, wenn wir das Gebiet gefunden haben, Patrick, ne? Naja, wenigstens das fehlt mit dem Loslaufen, dass wir jetzt nicht den Ampel drauf hatten mit Sachen sammeln und sowas. Aber es ist cool, es hat mal ein bisschen... Das dürft ihr mitnehmen, ja. Du musst kurz mal füttern, Leute. Ich so schnell voller. Weiter. Genau. Die müssen auf jeden Fall... Sterb. Nimm das doch mit. Dankeschön. Ein Schaf. Hinterher. Kält er ist. Wir brauchen nämlich nämlich Betten auch. Das ist das ja. Ja. Ja, dann würde ich aber gucken, dass wir... Die Schafe... Naja, warte mal. Eisen kann man hier alles... Nee, keine Ahnung. Warte mal, wir haben doch gerade ein paar Spinnen getötet, ne, Marci? Hast du noch die Wolle? Ja, eine Wolle schnur habe ich. Ich habe drei Wolle. Ich habe gerade die Schafe gekillt. Boah, alles voll so löchrig hier. Enderman, Enderman, Enderman. Wo? Nee, ich meine nur. Äh, wegen Löchern. Michi, woran willst du's? Oh, sorry. Ach, mehr! Hier ist alles voller Schafe. Oh, was? Oh, was? Ähm, Max? Ja? Willst du ins Team aufgenommen werden? Würde ich machen, wenn ich darf, ja, gerne. Klar. Ich darf es nicht, sonst hätten wir nicht gefragt. Weil dann... Hey! Bist du nicht mehr Dauergast-Pädobär, sondern... ...Mitglied-Pädobär. Ein offizieller... Offiziell. Ein offizieller Pädobär bist du jetzt. Hey, ich bedanke mich. Juhu, wuhu. Gern geschehen. Hey. Da sind noch Schafe, hui. Oh Gott, ich hab noch eine... Ich wollte jetzt nicht jede Schafe mal killen, die müssen wir vor angucken. Da ist so ein Palast. Ja. Eine Festung. Ja. Ey, da gibt's Wolle, ne? Ja. Ja, nicht nur Wolle, auch Eisen, da können wir was scheren bauen. Wir müssen aufpassen, wenn wir uns runtergehen. Ach ja, ich holz mal ein bisschen Holz kurz auf. Wo ist der Hingang? Hier unten, im Wasser. Ja, ich hab ihn. Ich besorg mal kurz ein bisschen Holz, ne? Ich bin drinne, ich bin drinne. Ich nicht, warte. Ne, doch nicht. Geht einfach ganz oben drauf, in der Mitte. Ich steh schmiere, ich steh schmiere. Aua, heil. Seid ihr, Leute? Hast du auch das TNT auf, ne? Weil du ihn ganz vorne hast. Ja. Ja. Das ist die TNT. Da unten gibt's TNT. Wenn du da kannst, ja. Also, da ist eine Schale. Ey, Leute? Leute? Ja. Wo seid ihr reingelaufen? Achso, hier oben. Da können wir doch gar nicht runter, wenn wir... Hallo? Ja, ja, ich mach schon, ich mach schon grad, ich hol grad Holz. Wieso willst du grad Holz? Ja, wir brauchen auch Spitzsacke und so noch. Und wir sammeln unterwegs ja auch Ressourcen ein paar. Ach, guck mal, hier geht's bergab. Bei mir. Ja. Zumindest für solche Sachen da. Soll nicht reinspringen. Die eigenen Säulen eigentlich sind echt gut so im Bau. Die würde ich auch mitnehmen wollen. Okay, ich hab überlebt. Ich bin unten. Du bist unten? Ja. Okay, dann mach mal die Druckplatte kaputt. Okay. Boah, du wärst beinahm doch drauf gelandet. Nee, nee. Oh, da muss man schreien. Ah, Eisen und verrottetes Fleisch. Und Thronen mitnehmen. Cool, wir können... Können wir gleich eine Schere bauen. Genau, und die Thronen mitnehmen. So, wie kommen wir wieder hoch? Äh, wir graben uns einfach, äh... Na, hochpulten. Ähm, mit... Das ist meistens ein bisschen Erde runter. Bisschen alle eingeschrert hier unten. Hier ein bisschen in Holz. Ein Holz. Oh, sorry, hab jetzt nicht mehr eingeschritten. Äh, wir bauen uns Werkzeug, oder? Ich baue übrigens eine Truhe, äh, nicht eine Truhe, sondern... Oh, ich bin. Und ich komme! Rutsch. Ich habe eine Schere gebossen. 5, 8, 1, 10, 11 Wolle habe ich jetzt. 5, 3. Ich habe... Ich habe einen Bereich, das ist ja schon für das Bett. Heute, nur als Hinweis, niemals, äh, da wo Patrick steht, lang bauen. Da ist nämlich Wasser. Wir sollten möglichst, äh, hier, nach, hier lang, in die Richtung, zu der Wand hin. Okay, wer hat die Schlitzer? Diese Minimap, diese Minimap. Ich habe zwei sogar. Zwar auch nur was Holz, aber... Immerhin hattest du Holz. Ja, dann glaubt dich vor, ich hatte nämlich keine... Oder gibt's mir auch eine Schlitzer gehabt. Dann helfe ich. Äh, ja. Irgendwie. Brügelt euch drum. Wuhu! Wuhu! Äh, ich hab's ja nicht. So, das wird ja erst mal eine Weile dauern. Ich baste so ein bisschen Knochenbien. So. Vielleicht mal getroffen. Ich hab ein Eisenbahn noch. Ja, ich hab, äh, ich hab Gold. Hä, ich hab doch eben die Truhe abgebaut. Die kommt immer wieder. Ach, scheiße. Holzachst. Wollt ihr das? Ach so, ja. Scheiße. Der... Ähm... Es geht voran. Ich würd sagen... Ich würd sagen, wir beschränken uns auf Stein-Axe, ne? Ja, warte mal. Ich hol mir hier schon mal ein bisschen Axt... Äh, Stein. Weg da. Ich komm dann gleich hinterher, ne? Ja, dauert ja hier noch eine Weile. Ja, ich glaube, es ist nur eine Holzachse, ja. Ne, ist ja in Ordnung. Ich kann ein Eisen geben. Ich hab auch ein Eisen. Au, 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 aua. Nein, 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 verschwendet das Eisen erst mal noch nicht dafür. Na, wir kramen. Also, okay. Wir stehen uns alle hier im Weg. Ja. Du wartet doch, bis der fertig ist. Hat irgendwann eine Fackel eventuell? Nein, das war ja genug jetzt. Okay, im anderen Vorschlag. Ähm, warte mal. Jo. Ich mach das anders. Ich baue mich mit Sander umgebaute in Sander wieder ab. Und, äh, und ich komm dann selber hoch. Weil hier ist nämlich schon frische Luft. Das ist frisch. Und Chris drängelt sich vor. Weißt du, alle stehen hier an. Und der drängelt... Ja, was ist los? Ja, da direkt rein. Wir haben ja noch nicht mal eine Schaufel, ne? Ähm, äh, könnt ich den Sander wieder haben, bitte? Eventuell? Ah, ich hab... Warte mal, ich kann uns aber eine Schaufel basteln. Wo haben die denn alle Holz? Ich hab Holz runtergeworfen. Ich hab mich ein Ding abgeklägt. Ey, komm, komm mal hier. Hier, komm mal. Sprung, bringt mich hier hoch. Geh hoch. Geh hoch. Sprung, springt hier hoch. Was brauchst mich denn eins runter? Wünscht frei, ihr Sektkratten. Und hier könnt ihr dann hochlaufen. Achso. Müsst euch nur kurz rausgraben noch. Ich seh euch, hallo. Hallo. Hey, Marcy. Oh, lauf doch mal. Ich wollte das da grad wegbauen. Und du? So. Ey. Geh weg da. So seid ihr alle da jetzt. So. Auf geht's, auf geht's, weiter geht's. Ähm, die Workbench steht unten noch, ne? Ist ja egal. Doch. Ne, irgendjemand hat. Ähm. Was ist denn, hier weiterlaufen lässt? Ja, weiß ich nicht. Hier wollte er geradeaus erstmal noch hin, oder was? Hier ist noch vor Angst, nur Wolle. Ja, aber ich glaub, das reicht sogar schon an Wolle, die wir haben. Wollen wir durch den Wald laufen? Warte mal. Können wir ja nicht machen, ne? Ah, wartet auf mich. Das hat einfach, das hat völlig einen falschen Glanz, im Gegensatz zu mir. Du bist in die Falsche gelaufen. Ach man, ne, wieso mal ich? Wir stehen hier noch, aber egal. Achso, hi. Da da der. Oh, es wird dunkel. Das ist nur irgendwie einbauen. Das ist es nur einbauen. Entschuldigen Sie es? Frau Wolle ist auch so, wo ich einen Ihnen für Internet halten. Vielen Dank.